Mahabba! Vor drei Jahren haben wir auf dieser Couch mit Babytip angefangen. Und wir hatten seitdem viele Kollegen, Experten und vor allen Dingen viele Expertinnen auf dieser Couch sitzen. Danke! Klasse Format. Handy-Ferträge. Sehr gelungenes Beispiel. 24 Sekunden in diesem Montage. Hallo ihr Lieben! Ich sage euch alle, dass hier nicht nur viele Leute hier sind. Aber viele Sachen, die wir hier haben. Und wir haben hier. Und wir haben hier. Und wir haben hier. Es war längere Zeit still um Webbytipp, denn wir hatten ja die meisten Themen mit euch soweit besprochen. Wir wollen uns mit euch austauschen, wir möchten wissen was euch beschäftigt, welche Fragen ihr habt und dann versuchen wir die entsprechenden Experten vor die Kamera zu bekommen. Das Thema Corona ist auch für uns neu, deswegen können wir nicht garantieren, dass alles funktioniert, aber wir geben alles dafür. Und jetzt freuen wir uns auf eure Kommentare und Fragen unter dem Post und ich würde sagen, wir sehen uns bis bald. Und wir sehen uns auf die Kommentare und wir sehen uns auf die Kommentare. Wir sehen uns auf die Kommentare. Wir sehen uns auf die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.